Hallöchen, meine lieben Freunde, da bin ich wieder in Farquay 3. Joa, was ich heute vorhabe, weiß ich gar nicht. Erst mal eine Spritze reinramm. Oh, ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wo wir hier überhaupt sind, was wir machen. Doch, was wir machen, weiß ich jetzt schon. Das habe ich mir schon mal ausgeguckt. Ich wollte auf die Suche gehen nach einer Ziege. Und halt, um mir dann noch einen neuen Waffengurt zu basteln. Ne, das ist doch keine Ziege, oder? Ne, ich wollte doch mal sagen. Wäre das jetzt doch eine Ziege gewesen, dann ganz schön große Ziege. So, dann gucken wir erstmal auf der Karte. Okay, wir können natürlich auch diese Mission erst machen. Und das ist natürlich, das ist keine Ziege, das ist auch keine Ziege. Das auch nicht, das, das da. Da ist eine Beutekiste. Da unten nichts auch rum. Fahren wir erstmal zur Beutekiste. Gucken mal so, was da auf uns wartet, auf uns lauert. Noch, ähm, wegen den Let's Plays. Der liebe Kobold kann leider immer nur am Wochenende hochladen, weil es dann zeitlich sehr knapp bei ihm wird. Deswegen sind unsere Folgen leider nicht synchron, wie wir es eigentlich vorhatten. Da ist doch noch was. Nehmt uns das nicht übel. Das macht ja trotzdem Spaß. Also hoffe ich. Also mir macht Spaß. Ja. Kann man sagen. Sonst würde ich ja jetzt hier nicht rumsitzen, oder? Ja. Also weiter geht's im Geschäft. Oh. Was war denn das denn für komische? Oh, das Auto ist deutlich besser. Hat doch ein Gestütz hinten drauf, oder? Äh. Ne. Egal. Egal. Sieht trotzdem cooler aus, als so ein Koma-Schar. Was ist das? Opel-Verschnitt? So ein Opel... Alter, Opel Corsa, oder? Keine Ahnung. Ich kenn mich nicht so wirklich gut mit Autos aus. Holy, holy, holy shit, 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 shit. Komm, wir fahren jetzt einfach rein. Wow, lalalala, lalalala, lalalala. Auch gut. Ähm, ja, das war eigentlich jetzt relativ easy. Einfach mal durchgeprescht. Und hier links. Uah, alter. Kurvenlage ist auch... Aber ein Traum, eigentlich. Kann super lenken mit denen. Muss man sagen. Hä? Holy shit. Ach, komm, 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 komm. Scheiß auf. Ducken. Hä? Bin ich blind? Doch nicht. Ja, alles gut. Du kommst schon wieder zu dir. Alles top. So, können wir da noch ein bisschen Munition einsammeln? Oder? Ja. Der hat das aber auch Ding auch weggeworfen. Wo sind jetzt unsere Truhen? Die Markette ist hier. Ja, weißer Poker-Chip. Wow. Das hat sich ja ordentlich gelohnt. Na, entweder 21 Dollar haben oder nicht haben. Äh? Hä? Hallo? Stehe jetzt genau drauf. Hallo? Okay. In Ordnung. Vielleicht unterirdisch oder so? Keine Ahnung, ob es eine Höhle gibt. Und weiter. Jetzt sammeln wir die Ziegen ein. Wow. Oh. Da unten ist auch schon das Lager. Das ist gar nicht so weit. Oh, da sind auch schon Ziegen. Das hat doch schon super geklappt hier gerade. Geil. Traum? Hä? Traum? Sind sie denn hin? Ah, Mensch. Hätten sie nicht Matsch machen können. So Matsch-Texturen hier durch. Das ganze Krass sieht man auch gar nicht. Ist hier nicht runtergekommen? Hä? Alter. Okay. Da. Rechts. Hä? Da. Wollt ihr das sagen? Ach, die rollen runter. Okay. Okay, okay. Nein. Also wir wollten uns ein Affengurt machen. Genau. So, jetzt haben wir den. So, weiter im Geschäft. Wollen wir dich einfach so fragen? Ja, komm. Speichern mal so zwischendurch. Es geht doch sowieso wieder schief, wenn ich auf Käfig bleibe dabei unentdeckt. Okay. So schnell konnte ich nicht lesen, aber ich habe so einen Augenwinkel wahrgenommen. Da ist doch was. Uh. Ist der ein Draufgänger? Okay. Scheiße, ich glaube ich ja. Wunder. Wow. Reiß ich Wunder. Okay. Die sollen mit nur gestunden bleiben da oben. Okay. Da habe ich. Aber wenn ich schieße, habe ich ja kein Schal. Ich sage jetzt mal wieder. Entdeckung. Jetzt fange ich auch schon an zu flüstern hier. Okay. Die beiden stehen da relativ nah. Die Hunde können mir ja eigentlich theoretisch nichts tun. Soweit die Theorie, wenn die da noch drin sind. Aber ich glaube, wenn ich die Hunde da raushole, tun die mir auch was. Uah. So. Weiter im Geschäft. Sag ich jetzt schon wieder. Okay. Hier so anschleichen, anschleichen, anschleichen. Darauf. Darauf. Wow. Scheiße, scheiße, scheiße. Wow. Lalalala. Wow. So, einfach mal. Hauli. Alter. Halt drauf. Alter. Krass. Krass, 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 krass. Komm, 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 komm. Oh, ich bin auch nicht wirklich so gut, glaube ich, hier. Aber. Wow, wow, wow. Okay. Yay. Wow. Alter. Alter. Was für eine krasse Feuerentwicklung. Aber wir haben es geschafft. Und damit haben wir, oh, ein Fähigkeitspunkt erwischt. Das ist geil. Äh, erwischt. Äh, er langt. Alter. Bin auch noch ein bisschen Pille-Palle. So, also, äh, was ich noch sagen will, ich nehme auch ein bisschen im Voraus auf, ist ja eigentlich typisch, sehr normal. Deswegen kann ich auch nicht immer sofort in, sofort in der nächsten Folge, sofort auf Kommentare eingehen. Das ist klar. Was hat der noch dabei? Alter, die haben ja alle Schrot dabei gehabt. Krass. Ist eigentlich gar nicht mal schlecht, wenn ich mir jetzt eine... Stimmt, ich kann mir jetzt eine mitnehmen. Äh? Yay. Jetzt haben wir aber zwei. Geil. Natürlich krass. Äh, bekomme ich keine Munition. Warte, ich lade mal nach. Vielleicht dann. Ja, okay. Alles gut. Die Hunde sind ja immer noch. Ich glaube, ich lasse die auch mal drin. Sicher, sicher. Eins, laden nach. Ja, das ist einfach so ein ganz normales. Warte, wer das nicht kennt. Eins, zwei, blau. Jo, ganz idiotisch. Äh, und zwischensprechend wäre ich schlecht. Eine schöne Kiste. Eine schöne Kiste. Äh? Okay, das gleiche Problem wie immer. Wie komme ich da rein? Ja, schön und gut. Jetzt ist es gerade vorbei. Ich fände das auch ein bisschen gemein, dass wir hier alles allein gang... Machen müssen. Äh. Ist ja gerade die Fliegen rumgeflogen. Alter. Ich glaube, die sind nicht mehr so frisch. So, wir haben zu verkaufen. Ich habe einfach alles weg. Ich brauche die... Kampfs, glaube ich, eh nicht. Jetzt haben wir mal ganz schön viel Geld. Gleich zu viel. Sehr gut. setzt ein grüten schütten hat okay vielleicht hatte ich mir erst mal da oder ich weiß was ich mache die wollte ich mir erst mal nicht glaube ich oder doch kommen ja stadt schrot anpassen schaltdämpfer scheiße brauche noch ein bisschen warte ich muss noch kurz dran position so haben wir einen dollar hoch sie auch schon sogar ja komm kann zu machen als nächstes ich weiß gar nicht jetzt was überhaupt meine hauptmission ist ich glaube die werde ich auch erst in der nächsten folge abklappern wenn ich vorher noch herausfinde welches überhaupt war aber das klappt schon das klappt schon hat jetzt alles geklappt klappt das auch schon auch noch hallo schwein brauchen wir schwein ich guck mal eben schnell tra la 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 waffengurt da brauchen wir hier schwein 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 dann kann ich noch mal wieder rausklappen dann kann ich mir dran glauben danke sehr krass stelle ich noch eben das her kann man ja auch eben machen es geht ja schnell ruf geschoss ziegenfell sprengen schwein josh doch eigentlich noch mal wieder rausgehen erstmal gut glaube ich die glaube ich eh nicht haben wir nicht haben wir ja wieso ja nicht haben wir ja wenn wir damit reinklatschen erstellen und dann sehen wir uns in der nächsten runde wieder wenn es weitergeht in der mission die glaubt schon auf der karte dahin ich glaube da zwischendurch werden wir noch ein bisschen abwimmen also wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder schick den kanal doch von dem kobold auch noch gibt uns beiden ein abo neue folgen werden folgen wie schon gesagt bei dem kobold immer nur am wochenende oder steht auch unser auto bei mir ich versuche es täglich mta und fachwai also wir sehen uns dann in der nächsten folge in der nächsten diesen episode keine ahnung okay ich habe schon wieder f9 gedrückt ciao